Mir geht es heute um ein extrem beglückendes Erlebnis und seine Deutung. Christus rappt L'Arc de Triomphe in Paris, den verhüllten Triumphbogen, der inzwischen wieder unverhüllt vom Verkehr umtoßt wird. Was hat es damit auf sich? Warum kann man dazu Spannendes aus kunsttheoretischer und philosophischer Perspektive sagen? Warum hat das Werk so viele Menschen fasziniert und beglückt, einschließlich mich selbst? Und warum ist es ein großes Kunstwerk? Darum geht es jetzt. Ist es ein großes Kunstwerk gewesen, muss man genauer sagen. Denn wie immer sind Christus Kunstwerke von Anfang an zeitlich begrenzt. Ob Reichstag, Porn Neuf, die Regenschirme oder die Floating Piers und die Surrounded Islands in Florida, all das hatte seine Zeit und war vergänglich. Was bedeutet, all das machte eine vergängliche Erfahrung möglich, von der ich behaupten würde, dass es eben nicht nur eine ästhetische Erfahrung war, sondern eine sehr umfassende, in vielerlei Weisen beglückende Erfahrung. Viele von Christus Kunstwerken waren nur 16 Tage lang zu sehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn der heimliche Traum vieler Künstlerinnen und Künstler heute war und ist es ja, ein Werk zu schaffen, das in einem der berühmten Museen ausgestellt, beziehungsweise von einem berühmten Museum erworben wird. Das ist sozusagen die offizielle Anerkennungsurkunde, die sagt, liebe Künstler, liebe Künstlerinnen, Sie machen echte Kunst, richtige Museumskunst, die wir auch ökonomisch für wertvoll genug befinden, um sie zu erwerben und dann uns im Museum damit zu schmücken und sie den meisten zahlenden Besuchern in der Regel ja zu zeigen. Es geht in gewisser Weise mit dem Kunstwerk also auch um die Berühmtheit der Künstlerin oder des Künstlers selbst. Das ist natürlich nicht zwingend so, weil stellvertretend für viele andere, ein berühmtes Beispiel kennt ihr, wie Van Gogh ja zeigt, dass Künstler oftmals während ihres Lebens sehr konsequent bei ihren eigenen Weg gehen und ihre Kunst produzieren, aber keinen entsprechenden Widerhall finden. Kaum zu glauben, aber soweit wir heute wissen, hat Van Gogh zu Lebzeiten kaum eines seiner Werke verkaufen können. Was er verkaufte, hat vor allem sein eigener Bruder Theo erworben. Und das berühmte Gemälde Roter Weinberg hat er 1890 nachweislich der belgischen Malerin Anna Boch verkauft für 400 Francs. Das sind umgerechnet, wenn ich richtig gerechnet habe, rund 60 Euro heute. Was ich sagen will, ist, dass die zum Teil großartige Kunst vieler Künstlerinnen gewissermaßen verpufft. Sie wurde und wird, wenn überhaupt, zunächst nur von Privatleuten oder der Verwandtschaft oder einigen wenigen Fachkollegen geschätzt, die sie dann in einem sehr kleinen, überschaubaren Kreis bekannt machen. Aber so wie es in der Literatur den sogenannten Großschriftsteller gibt, beziehungsweise die Großschriftstellerinnen, so gibt es in der Kunst auch die Künstlerinnen, deren Ziel es ist, in die Hall of Fame einzugehen. Zwischen keine Kunst und großartige Kunst, die immer auch eine Sache der Zeit und natürlich des von ihr ausgebildeten Geschmacks ist, gibt es einen riesigen Graubereich, zu dem auch dann das sogenannte Kunsthandwerk gehört. Genau das hat man Christo und Jean-Claude, seiner Ehefrau, die am selben Tag, wie er geboren wurde und im selben Jahr, immer wieder vorgeworfen. Dass sie keine Kunst, sondern spektakuläres Kunsthandwerk produzieren würden, dazu später noch. Zunächst ist der Punkt wichtig, dass ihre Kunstwerke zeitlich begrenzt sind. Sie lösen sich, wie das wirkliche Leben und seine vielfältigen Formen auch, nach einer bestimmten Zeit auf. Pathetisch gesagt, die Kunstwerke von Christo leben und sie sterben und das quasi beides zugleich. Damit sind sie in meinen Augen eine perfekte Allegorie des menschlichen Lebens. Als Kunstwerke spiegeln sie etwas von unserer eigenen, unausweichlichen Begrenztheit wieder, die dem Augenblick gerade dann, wenn wir Schönheit begegnen, seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit verleiht. Und, auch wenn das ein vages Wort ist, eine Tiefe, die sich schwer ausdrücken lässt. Wie will man das Gefühl ausdrücken, das Leben schön zu finden, obwohl es begrenzt ist? Wie den Augenblick beschreiben, der ja all das, was man ist und was die Wirklichkeit für einen selbst bedeutet, in einem einzigen zeitlich begrenzten Ausdruck, eine einzige Form packen. Einen Moment, der ja irgendwie alles zugleich enthält, zumindest alles, was für das eigene Leben in diesem Moment von Bedeutung ist. Das ist etwas, was Christos Kunstwerke auf eine ganz subtile und stille Weise mitkommunizieren. Man muss sich dessen nicht direkt bewusst sein, aber man spürt es. Damit reiht sich Christo übrigens auch ein in die Reihe der Künstlerinnen, die von der Antike bis heute, nochmal pathetisch formuliert, die Heiligkeit oder Einzigartigkeit des Lebens feiern und gleichzeitig wissen, dass die Zeit knapp und Schönheit immer auch vergänglich ist. Solche Kunstwerke, die oft in religiösen Kontexten, etwa in Tempeln oder Kirchen zu finden sind, sind zugleich Aufforderung, das Leben zu genießen und etwas aus ihm zu machen, weil das Leben großartig ist und man es feiern kann. Zugleich sind solche Kunstwerke aber auch Erinnerungen daran, dass all das, alle Versuche, alle Werke, alle Gedanken, Gefühle, alles, was man getan hat oder gerade tut, vergänglich ist. Klassisches Beispiel dafür sind die Stillleben, die ebenso Üppigkeit wie Verfall zeigen. Beides, die Aufforderung, das Leben auszukosten bzw. zu gestalten und die Erkenntnis der Begrenztheit sind entscheidende Momente der Selbsterkenntnis. Sie sind, wenn nicht direkt religiös oder spirituell, auf eine ebenso sehr alltagsbezogen, konkrete wie bedeutsame, authentische Weise unmittelbar philosophisch. All das entspricht dem vielleicht wichtigsten der Sprüche der sieben Weisen auf dem Tempel von Delphi, die die Philosophie seit Jahrtausenden, zumindest im Westen, inspiriert hat. Noti Seoton, erkenne dich selbst. Auch eine zweite delphische Aufforderung, nämlich Gnoske Kairon, erkenne den passenden, den geeigneten Augenblick, schwingt mit. Und noch eins kommt hinzu. Christos Kunstwerke sind Stillleben, die nicht still sind. Der verhüllte Reichstag zum Beispiel oder jetzt der verhüllte Arc de Triomphe bewegen sich ja ständig im Wind. Die Folie, die, wie ihr vielleicht wisst, aus Deutschland, genauer von einer Firma in Lübeck kommt, die Heißluftballons herstellt und sie dann mit einer Spezialmaschine verschweißt, diese Folie bewegt sich ständig im Wind. Das hier ist ein Stück der Folie, vorne silbern, hinten blau, ein Stück Hightech und zugleich ein Stück Kunst, das am Triumphbogen umsonst verteilt wurde. Gibt es in keinem Museum in der Regel. Übrigens finanziert Christos seine Aktion oder finanzierte seine Aktionen selbst. Sie wurden also nicht von Stadt oder Staat und so weiter finanziert. Und diese Folie, die flirrt im Licht, flattert im Wind, reflektiert und absorbiert verschiedene Wolkenstimmungen, wie Sonne, Nachtlicht, sehr interessant, das nachts zu sehen, Mond, Autoscheinwerfer oder die Blitzlichter der Kameras. Aber kein Foto kann das festhalten. Die visuellen Kunstwerke von Christos sind nicht nur begehbar und vergänglich, sie sind auch filmisch, das heißt nicht fotografisch, weil sie sich bewegen. Sie passen nicht in einen Bilderrahmen, sondern nur in den Rahmen dieser einen Zeit. Und das bedeutet in den Rahmen der Wirklichkeit. Alles andere macht sie kleiner, als sie sind. Und das ist für mich ein Merkmal, dass es sich um Kunst und eben nicht um Kunsthandwerk handelt. Kunsthandwerk ist niedlich und ganz nett und hübsch fürs Zuhause, so übers Sofa. Oder vielleicht noch eine kleine Statue für den Garten. Oder dann, nee, das nehmen wir mit in unser Ferienhaus. Damit ist aber schon aus die Maus. Man sieht sich satt. Nicht so mit Christo. Ich war drei oder viermal da, jeweils zu anderen Tageszeiten und an anderen Tagen. Und zwar jedes Mal anders, aber jedes Mal, und das fand ich erstaunlich, beglückend und schön. Übrigens ist mir erst beim dritten Besuch ein seltsames, zufälliges Spiel der Formen aufgefallen. Vielleicht, weil das Licht darauf fiel. Wenn ihr euch das Foto hier von mir anschaut, könnt ihr es sehen. Rechts auf meinem Bild könnt ihr übrigens auch den Eiffelturm erkennen. An den beiden Bögen, rechts und links vorne, sieht es aus, als ob sich dahinter zum Beispiel die großen Statuen eines ägyptischen Pharaos verbergen. Ähnlich den Statuen von Pharao Amenhotep III., die vor nicht allzu langer Zeit in Luxor gefunden wurden. Dieser Eindruck verleiht dem Triumphbogen nochmal eine ganz andere Qualität des Alters oder des Archaischen. Natürlich verbirgt sich kein Pharao dahinter oder keine Pharao-Statue, obwohl Napoleon sich möglicherweise selber in dieser Tradition gesehen hat. Und der war ja der Anlass für den Triumphbogen. Auch das zeigt, wie sich bei veränderndem Licht immer neue Formen und Anspielungen zeigen, die man niemals sehen würde, wenn man nur die Dinge selbst betrachtet. Und nicht nur das, was sie durch ihre Verhüllung entbergen. Weil wir Menschen es sind, die die Dinge sehen und gebrauchen, sind wir es natürlich auch, die ihnen ihre Bedeutung, nämlich unsere Bedeutung, zuschreiben. Nur sind wir uns dessen ja in der Regel selten bewusst. Christus Kunstwerke machen uns genau diesen Umstand klar. Wir sind es, die Vermutungen über die Dinge, über ihr Wesen, ihre Formen, ihre Funktionen anstellen und die Dinge bezeichnen und benennen und definieren. Wir sind es, die sie gebrauchen oder, wie den Triumphbogen, brauchen, um uns selbst oder in dem Fall ursprünglich imperiale Macht, Napoleon, darzustellen, genauer den Ruhm der kaiserlichen Armeen. All das hatte Christus jedoch nicht oder nur am Rande im Sinn, zumal der Triumphbogen ja im Laufe der Jahrhunderte zum Gegenteil wurde, nämlich zum Symbol des Friedens und der Verständigung. Für Christus war die Verhüllung des Triumphbogens biografisch eines seiner frohsten Projekte und Zeit seines Lebens zu etwas wie sein großes Traumprojekt, dessen Realisation er jedoch nicht mehr erleben konnte. Sicher kann und soll Kunst auch auf die Wirklichkeit aufmerksam machen. Klar, Kunst muss nicht einfach nur schön sein, um Kunst zu sein. Sie kann auch wehtun oder aufregen, schlicht und einfach, weil Kunst von der Wirklichkeit lebt, Wirklichkeit herstellt und Wirklichkeit zeigt. Kunst ist immer auch eine Form der Erkenntnis der Wirklichkeit, inklusive ihrer Risse. Und damit, auch wenn es nicht auf den ersten Blick so wirkt, verbunden mit den Wissenschaften und der Philosophie, mit denen ist sie verwandt. Welche Erwartungen habt ihr übrigens an Kunst? Welche gesellschaftliche Rolle soll sie erfüllen? Wozu ist sie da? Oder findet ihr das gar nicht wichtig? Ab in die Kommentare damit. Christus' Kunst zeigt aber nicht nur Vergänglichkeit. Insofern ist sie auch nicht harmlos, sondern hat mit den Grenzen des Lebens zu tun. Aber sie ist zugleich auch versöhnlich und beglückend. Sie macht frei. Sie zeigt, dass man mit der Wirklichkeit spielen kann. Sie verändern, sie transformieren kann. Und das ist wirklich großartig an Christus' Aktion. Viele sagen immer noch, ach, das ist der Typ, der den Reichstag verpackt hat. Nee, hat er nicht. Pakete verpackt man. Das da hinten. Das ist Verpackung. Was Christus macht, ist Verhüllung. Der Reichstag und der Arc de Triomphe wurden verhüllt. Das ist was völlig anderes. Christus legt einen Schleier, ein Tuch, hier dieses Material, eine Decke auf die Dinge, die normalerweise statisch sind und einfach dastehen. Das Einzige, was sich beim Triumphbogen bewegt, mal abgesehen von der französischen Fahne, ist der Verkehr, der um ihn herumtoast. Und gerade weil er die Dinge verhüllt, zeigt Christus, dass hinter diesem Schleier, hinter diesem verhüllenden Material selbst etwas anders ist, das Waage zwar natürlich den verhüllten Formen entspricht, aber dann im Detail doch vollkommen anders und überraschend ist. Die Reliefs auf dem Triumphbogen beispielsweise, die konnte man natürlich genauso wenig sehen, wie damals die Details des Reichstags. Also fragt man sich automatisch, ohne es eigentlich zu wollen, das kommt wirklich automatisch, was da hinter dem ist, was man da sieht. Man stellt sich also eine zutiefst philosophische Frage. Was ist das für eine Wirklichkeit, die ich da gerade sehe? Was ist das, was ich sehe, aber eben nur zum Teil? Weil das, was ich sehe, ja zum Teil meinen Augen entzogen ist und das sehe ich ja. Was ist das Wesen der Dinge? Und dieses einen Dinges hier, das ich sehe, das ist es, was Christus zeigt. Er zeigt, dass wir etwas nicht sehen, aber sehen sollten oder sehen wollen und vor allen Dingen auch sehen können. Nämlich dann, wenn ich die Verhüllung wieder wegnehme und die Dinge sich enthüllen. Wenn das Ereignis vorbei ist, sind die Dinge wieder einfach die Dinge. Aber wir sehen sie jetzt neu, sie sind transformiert. Das ist das Großartige an seiner Kunst. Sie gibt den Dingen, so wie sie sind, ihren Zauber zurück. Und damit uns den Zauber des Lebens. Und deshalb sind seine Werke wahrscheinlich so beglückend. All das ist nur zum Teil ja ein bewusster Vorgang. Es wird einem erst so richtig klar, wenn man es länger wirken lässt. Wenn man einfach drumherum geht, Zeit da verbringt, mal nach oben schaut, mal aus der Nähe, durch den Triumphbogen durchgeht. Und wenn man drüber nachdenkt. Und auch das ist ja Teil seiner Kunst. Und auch das ist großartig. Die Verhüllung wirkt unmittelbar, weil sie unübersehbar ist und das, was ist, verfremdet. Zugleich ist sie aber auch etwas, das erst allmählich in unser Bewusstsein eindringt. Als Frage und als Mittel, als Methode oder Weg der Erkenntnis. Die Verhüllung ist ein Weg zu den Dingen zu finden und zu uns selbst. Und noch was kommt hinzu. Der verhüllte Triumphbogen war ein Fest. Ein Fest der Gemeinschaft, ein Volks- oder vielmehr Völkerfest. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, im letzten Jahrzehnt vor und erst recht natürlich mit Corona, eine derartig friedliche, entspannte Ansammlung so unterschiedlicher, diverser Menschen gesehen zu haben. Menschen jeden Alters, vieler Hautfarben, vieler Größen, vieler Geschlechter. Und alle haben es auf ihre Weise genossen. Alle haben auf den Triumphbogen geschaut, auch mal in die andere Richtung, sich unterhalten, hier und dorthin gezeigt, sich umgedreht, sind näher rangegangen, sind noch mal auf die andere Straßenseite gegangen. Und alle haben das Ereignis der Verhüllung genossen. Genauso wie gemeinsam da zu sein, diese Erfahrung zu teilen und dieses Kunstwerk zu betrachten. Gerade in übervollen Museen wünscht man sich ja häufig, also mir geht das jedenfalls so, einmal endlich in Ruhe ein Bild von allen Seiten betrachten zu können. Oder eine Nacht, das wäre ideal, eine Nacht allein oder nur mit wenigen Menschen im Museum verbringen zu können. Nicht so beim verhüllten Triumphbogen. Hier war es schön, die übrigens coronatechnisch sehr gut überprüfte Ansammlung, große Ansammlung von Menschen, um sich zu haben. Sie gehörten zu dieser Erfahrung, zu dem Kunstwerk hinzu. Eine Erfahrung, die im Übrigen draußen in der Wirklichkeit stattfand und nicht hinter den Mauern eines Museums und damit so eine gewisse Künstlichkeit hat. Denn es ging um eine Erfahrung, die unmittelbar ist und von anderen Menschen auch unmittelbar geteilt wird. Und das vermehrt die Freude, statt sie zu schmälern. Es ging um eine Erfahrung, die offensichtlich allen, die kamen, große Freude, großen Spaß machte. Und das war extrem ansteckend und entspannt. In gewisser Weise hat man am L'Arc de Triomphe erfahren können, was eine Republik wirklich ist. Und das ist wiederum eine politische Aussage, was uns als Menschen, so unterschiedlich wir auch sind, miteinander verbindet. Und das ist etwas, das nicht abhängt von einem Stück Material oder dem Stoff, den man, wie hier, mitnehmen kann. Es ging um etwas Immaterielles, das sichtbar war und das man nun mit oder in sich trägt. Und das, so ging es mir jedenfalls, danach immer wieder für Momente in den verschiedensten Lebenssituationen aufscheint. Momente, in denen Gemeinschaft unter Menschen und mit Menschen gelingt, auch wenn sie unterschiedlich sind. Christo ging es genau um diese Erfahrung. Und die war nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, die dort waren und mit denen ich gesprochen habe, darüber großartig und beglückend. Dieses Kunstwerk, das ohne Eintritt zu zahlen, mitten in Paris, an einem zentralen Platz stand, hat es geschafft, Menschen kollektiv zum Nachdenken, zum Träumen, zum Fühlen zu bringen, sie zu berühren und dabei eine Stimmung des Friedens, sogar des Glücks oder der Beglückung zu erzeugen. All das würde in meinen Augen bereits genügen, um behaupten zu können, dass wir es mit einem großen Kunstwerk und nicht mit technisch perfekten, auf Effekt gedrillten Kunsthandwerk zu tun haben, wie manche immer noch behaupten. Für mich persönlich kommt neben den vielen beglückenden Erfahrungen an diesem Ort, die ich allesamt seinem Kunstwerk verdanke, noch was hinzu, dass sein Werk nämlich tief philosophisch ist. Es ist nämlich so, dass man manchmal etwas verhüllen muss, um es überhaupt erst klarer sehen und dann erst richtig wahrnehmen zu können. Und das ist ein kluges, wenn nicht sogar weises philosophisches Prinzip, das uns helfen kann, auch die Wirklichkeit um uns herum und uns selber besser zu verstehen. Und jetzt noch, wenn ihr den Kanal auch abonniert, als Bonus für euch, eine meiner Aufnahmen des Triumphbogens im Stil von Gerhard Richter und Tschüss.